So ihr Lieben, da sind wir wieder und wir sind im Fahrstuhl. Singt der Erzähler gerade mit? Hier pixelt alles so ein bisschen. Ein bisschen am Glitschen alles. Das fährt schon viel zu lang. Ah, okay, ich muss den Knopf drücken hier. Was soll das denn? Wir sind doch jetzt genau wieder da, wo wir angefangen haben. Nein. Aber wir haben keine Wahl, wir müssen hier lang. Müsste wieder hier ins Büro. Was ist das? Was ist das? Was ist das? zu niemandem. Er begann, wundervolle, durch die Böse auf den Böse desks. Pullen von den Böse auf den Schnellen, schlussend auf den Schnellen, desperte für die Situation zu sein. Aber seine Beobachtung war von einem Kepad, hinter dem Böse desks. Was könnte der Böse desks sein? In fact, dieser Kepad, der Terrible Secret, das liegt unter dem Böse. Und so, der Böse, hat es ein extra-secret PIN-nummer. 2-8-4-5. But, of course, Stanley couldn't possibly have known this. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2-8-4-5. But, incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. The 90-geöffneten Weg. Okay. Also, er weiß auf jeden Fall noch, dass ich das, dass ich hier schon mal durchgelaufen bin. Also, er weiß auf jeden Fall, dass ich schon mal da durchgelatscht bin. Ich bin ja mal neugierig, was jetzt noch kommt. Puff, Puff. Ja, wie beim ersten Mal. Komischer Weg. Stanley walked straight ahead to the large door, the red mind-control facility. Nein. Escape. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was, that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Echt jetzt? Den gewaltsamen Tod? The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Ach, nein. Wir müssen es wissen. Wir müssen jetzt gucken. At this point, Stanley was making a conscious concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Scheiß drauf. What the fuck passiert jetzt? And Stanley was inched closer and closer to his death. So he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. perhaps his death was of no great loss by plucking the eyeballs from a blind eye. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Ähm. Wofür ist diese Maschine denn auch gebaut, außer für dieses? Oh Gott. What? Oop. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. What the fuck? What the fuck? Stanley parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Office layout. Moridor. What the fuck? The two doors. The two doors. The office. Okay. Das ist aber nicht der Computer an dem wir waren. Das ist irgendeiner. Button sounds. Credits. Computers. Okay. The office. Maintenance room. Was für eine wirsche Welt? Ist das die Vorhülle, die Stan lediglich laufen muss, oder was? Boss Office. Auf verschiedene Weise, oder was? Screens from the development of the Boss Office. So, zuerst war es... Das ist doch Murks, das ist doch... Krass. Okay. Was ist hier noch hinter? Hier ist ja auch noch was. Richtiges Making-of-Museum. Employees Launch. An early version of the underground portion of the game. Narration on takes. Gott. What the fuck? So, jetzt durch? Laufen wir jetzt grad dem Abspann sozusagen durch, oder was läuft hier? Ja, die Office Clock. Ja, super. Freedom Ending. Countdown Desk. Nochmal Freedom Ending, aber scheinbar ein anderes. Muss da wahrscheinlich hin, ne? Hier werde ich jetzt gleich wieder da ankommen, wo ich herkam. Was ist hier noch für ein Raum? Freaky. From the left to the right, the evolution of Stanley Office over time. The first was created November 2011, the second in March 2012, and the third February. Aha. Mhm. Okay. Tja, dann müssen wir wohl... Müssen wir hier wohl mal rüber. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Amagelkleed. Can you see? Can you see how much they need one another? No. Perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Nein! Oh nein! Das war so ein matschiges... Hallo? 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 Will es nicht neu starten? War es das? Ja, Archiv wird freigeschaltet. Du kannst nicht springen. Aha. Hallo? Ach so, weil ich andauernd hier auf Space hämere wahrscheinlich. Nix kann man sonst machen. Ich glaube, dass... Was ist das jetzt? Wenn ich jetzt auf neu starten gehe, dann geht doch alles wieder vorne los, oder? Und ich bin mir sicher, wir haben noch nicht alles durch. Weil es gibt eine Szene, die habe ich noch im Kopf von irgendeinem Video. Die ist immer noch nicht gewesen. Ich weigere mich. Ich will es jetzt... Gibt es doch gar nicht. Ich will neu starten. Und jetzt... Fangen wir wieder komplett von vorne an? Ich kann nicht erwarten, um diese Geschichte zu meinen Co-Workern zu erzählen. Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Ich will nur schreien und schreien auf der Zeit, als ich dachte, dass alle Leute verloren sind. Okay. Also es geht noch weiter. Boah, das ist so verwirrend, ehrlich. Mega. Es spielt auf so einer geilen Meta-Ebene mit einem. Wow. Wenn Stanley kam zu einem set of zwei open doors, er hat die Tür auf der Seite auf der Seite. Ja. Die Tür auch. Ja. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, Hoping he might find an answer there. Oh, no! Oh, no, 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 not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Okay. We can't do anything. We can't do anything at all. Okay. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Yeah. Doodoo. Wow, Moment. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, the damn panda. The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Could he really really... Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible. He didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy. So he relaxed for a few moments with some calming new age music. That could not be, right? Hey, come. Frech. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. through the large door, the red mind control. Oh, no. Wie unerwartet. Wie unerwartet. Wie unerwartet. Ja, ja. Sehr unerwartet. Waaah. Waaah. Oh, hier ist ein Computer. Kann ich hier was eingeben? Nein, schade. Okay. Oh, wir sind ein Computer. Jetzt, die Monitern zu leben, ihre Wahrheit herauszunehmen. Jeder hat den Namen von einem Mitarbeiter in der Geburt, Stanley's Co-Workers. Die Leben von so vielen Individuen reduziert zu images auf einem Schrein, und Stanley, einer von ihnen, eternally Monitern in diesem Ort, wo Freiheit nichts bedeutet. Das Mind-Control-Facility... Es war zu schrecklich zu glauben. Es kann nicht so sein. Hat Stanley wirklich unter jemandem Kontrolle all das ganze Zeit? Das ist der einzige Grund, dass er glücklich mit seinem Boring Job war? Dass seine Emotionen wurde manipuliert, um es blind zu akzeptieren? Nein! Er hat nicht zu glauben. Er ist ein Unploi... Unploi... Pirate! All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to see him, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. So... Da ist noch ein anderer Weg eventuell. Ach, hier ist auch noch... Eins... Zwei... Wollen wir denn die Drei und die Vier? Was ist das? Was ist hier noch? Nichts... Okay, gut. Eins und Zwei haben wir gefunden. Dann brauchen wir jetzt Drei... Vier war da oben... Fünf war, glaube ich, da hinten. Da, okay. Eins... Zwei... Drei... Jetzt nochmal die Vier. Mal gucken, was passiert. Das haben die doch nicht ohne Grund gemacht. Obwohl ich's denen hier zutraue. Hier... Okay, und? Ich kann immer noch nicht springen, ne? Nein. Und einmal auf die Fünf drücken. Vielleicht kann ich dann auf den dicken roten Knopf hauen. Toll. Das war ja richtig scheiße. Jetzt vielleicht... Ne. Den kann mir immer noch nicht trauen. Toll. Hat mir nix gebracht, diese fünf Knopf zu drücken. Dann machen wir heute die Mind Control mal an. Das war ja. Wir wissen, dass er das große Kraft gab. Das war nicht. Dann hat er den Geschenkel auf das Produkt. Das war nicht nur auf das Schlimmste. Das war ja wundern. Das alles. Sperren. Die Steigen nicht nur den Kontrollen einfach? Nein... Wichtig. Die Steigen. Die Steigen. Wichtig? Du kannst sie kontrollieren und schützen sie für dich selbst. Ist das was du wolltest? Kontroll? Oh, Stanley. Ich brauche deine Arbeit, ich wirklich. Aber du musst dich verstehen, dass es nur so viel diese Maschine kann machen. Du warst, dass sie wegzunehmen. Mach die Kontrollen und wegzunehmen. Wenn du meine Geschichte aufhörst, wirst du viel besser machen. Ich bin sicher, dass du nicht nur die Kraft hast, du denkst, dass du, zum Beispiel, und ich glaube, dass du das gut findest. Stanley hat plötzlich herausgefunden, dass er gerade initiiert das Netzwerk der Erwärmung. Im Moment, dass diese Maschine aktiviert, ohne identifizierung der DNA, die Nucleidee sind zu explodieren, um die Komplexe zu lösen. Wie lange bis die Nucleidee dann? Ich glaube... zwei Minuten. Ah, das macht die Dinge etwas mehr Spaß, nicht wahr, Stanley? Es ist dein Zeitpunkt, du bist die Star. Du bist die Star. Es ist deine Geschichte jetzt. Es ist deine Geschichte. Schöne sie zu deinem Herzen. Oh, das ist viel besser, als das ich in mir hatte. Was ein Schade, dass wir so wenig Zeit haben, um es zu erleben. Es gibt nur Momenten, bis die Bombe aufzunehmen. Oh, aber wie precious Momenten jeder von ihnen ist. Es gibt mehr Zeit über dich, über mich, wo wir gehen. Was all das bedeutet? Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Was ist das? Du möchtest wissen, wo deine Co-Worker sind? Ein Moment solange, bevor du dich obliteriert. Okay, ich bin in eine gute Mood. Du wirst sterben. Ich erzähle dir genau, was passiert zu ihnen. Ich habe sie verraten. Ich habe die Maschine geschlossen. Ich habe dich frei. Natürlich, das war nur in diesem Fall der Geschichte. Manchmal, wenn ich es erzähle, ich lasse dich dort in deinem Office für immer, aufzunehmen, und dann sterben. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist jetzt der rote Knopf oder was? Was soll ich runtergehen? Incorrect. Okay. Okay. cm, dann werde ich dir sagen, ‐ Hast du überhaupt eine Idee, was dein Ziel in diesem Ort ist? Ach so. Wenn du dich in diesem Weltraum konntest, das ist gut. Aber ich werde erst zuerst verletzen, so du kannst. Schauen Sie die Klochstern. Das sind 30 Sekunden für dich, um zu kämpfen. 30 Sekunden bis ein großer Böhm und dann nichts. Kein Ende. Nur du dich zu spüren. Du wirst du wunderschönlich zu deinem Leben? Oder du wirst es in der Ruhe? Eine andere Wahl? Mach es nicht. Oder nicht. Es ist alles das gleiche für mich, alles ein Teil des Lachen. Und glaubt mir, ich werde alle Sekunden von deinem innevitable Leben lachen, von dem Moment, in dem wir fangen, bis zum Moment, in dem ich sage, Glückwunsch, dass ich... Irgendwann, ich weiß noch nicht wann, ich sage aber trotzdem, tschau und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar. Da freue ich mich immer drüber. Bis dann. Tüdelü.